Servus, ich bin der Vince Hörsdorf. Ich spiele Gitarre beim Karaoke-Bash und wir sind eine Live-Karaoke-Band. Ich bin der Hausmaster MC und ich bin Moderator beim Karaoke-Bash. Live-Karaoke ist richtig cool, also das funktioniert wie in einer Karaoke-Bar, aber der feine Unterschied ist, die Musik kommt nicht von CD, sondern sie kommt von einem richtig fetten Live-Band. Ja, du kommst einfach auf die Show und es liegt dort eine Liste auf mit Songs drauf und da kann man sich eintragen und zum Singen anmelden. Die Texte laufen in Laufschrift auf der Carla OK mit, das ist unsere persönliche Karaoke-Soufflöse. Und als zusätzliches Feature produzieren wir die Texte immer auch ins Publikum. Das heißt, das Publikum singt auch mit und unterstützt dich gleich und ihr feiert euch einfach gegenseitig voll ab. Wer im Nachhinein noch draufkommt, dass er doch singen will oder doch noch die Motivation findet, kommt einfach während dem Konzert oder in einer Songpause zu mir und meldet sich nach. Bei uns bekommt jeder eine Belohnung, der singt. Meistens schnaub sie. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020